Wir sind eigentlich bei bestem Wetter und schönem Sonnenschein heute Morgen los. Wir haben uns hier mit ungefähr 300 bis 500 Leuten auf den Weg gemacht und die ersten paar Meter gingen auch eigentlich ganz gut. Dann kam schon relativ schnell ziemlich viel Polizei und vorne an einer Landstraße, die wir queren mussten, wurde die Gruppe gespalten, so dass wir jetzt wissen, dass die anderen 300 bis 400 Leute mit gutem Erfolg Richtung Schiene laufen und wir tun sozusagen unseren Dienst, indem wir dafür sorgen, dass möglichst viele Polizeikräfte noch hier rumstehen müssen und auf uns aufpassen müssen und hoffen, dass die anderen gerade ein bisschen näher an der Schiene sind und wir werden die Situation halt jetzt weiter abwarten. Dann, hol spill. Es hat die본 Röhren. Anni! Hat das? Ja! Ja! Lass mich da stehen, lass ich. Geh du doch, ey! Stürze! Komm her, komm her, komm her! Gehen Sie bitte daheim! Geh, komm her, komm her, komm her, komm her!